Welchen Weg willst du gehen? Dein schulischer und beruflicher Weg beginnt mit uns. Dabei sind wir so vielseitig wie das Leben und so vielseitig wie du selbst. Gesundheit und Soziales, Wirtschaft und Verwaltung, Ernährung und Hauswirtschaft – das alles bieten wir dir. Wir lernen hier gemeinsam, vor Ort, an einem Tisch und natürlich auch im digitalen Raum. Gemeinsam mit unseren starken Partnern öffnen wir dir die Tür in die berufliche Welt. Wir arbeiten dabei mit interessanten Unternehmen aus dem Münsterland zusammen. Für mich war es die richtige Entscheidung, diese Schule zu besuchen. Ich habe hier eine bessere Vorstellung davon bekommen, was ich später studieren möchte. Wir haben die Stadt im Blick. Unsere Schule liegt im Herzen Münsters, mittendrin und trotzdem ruhig. Das ist es, was unser Leben und Lernen hier ausmacht. Die Pausen kann man im Grünen verbringen und danach kann man gut in die Stadt gehen. Bei uns lernst du mit Herz und Verstand. Eines können wir dir versprechen. Wir geben alles, um deinen Wert zu erkennen und deine Talente zu fördern. Das machen wir gemeinsam. Das Miteinander bezieht alle mit ein. Schulgemeinschaft. Das heißt bei uns Beratung, Hilfe und Unterstützung für dich. Gemeinschaft ist für uns aber auch Engagement für andere. Seit 50 Jahren ist das Hilfsprojekt BAKABAL aus unserem Profil nicht mehr wegzudenken. Unser christliches Menschenbild leben wir auf Augenhöhe. Ich fühle mich hier gut aufgehoben und habe immer einen Ansprechpartner. Vielseitig und menschlich. So können wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Auf deinen Weg. Hildegardes Schule Münster. Wissen, Werte, Vielfalt.